I heal from your passion, my doubts are gone Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem monatlichen Aufgebraucht Video. Schön, dass ihr dabei seid. Dieses Video wird wahrscheinlich etwas länger sein. Ich habe eine riesen Kiste aufgebrauchter Produkte, über die ich jetzt berichten möchte, über die ich euch eine kleine Review geben mag. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen länger. Ihr solltet euch vielleicht was zu essen, was zu trinken nehmen. Ihr solltet Zeit haben oder das Video vielleicht auch zweimal schauen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei und ich würde sagen, los geht's. Leute, das ist einmal meine Kiste, meine Aufgebraucht Kiste. Und ich kann es gar nicht glauben, dass die schon wieder voll ist. Also ich probiere im Moment viele Produkte aufzubrauchen, leer zu machen, was jetzt noch so rumstand oder was jetzt endlich mal aufgebraucht werden musste, was jetzt vom Haltbarkeitsdatum nicht mehr so lang haltbar war. Also es ist eine Menge geworden. Und ich habe ganz schön viel zu berichten und ich stelle mir das jetzt mal hier nebenhin. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich fange mal mit was für Frauen an. Und zwar OB. Jetzt habe ich einmal aufgebraucht. Das sind die Flexia für Tag und Nacht. Die finde ich sehr, sehr gut. Ich kaufe die mir immer wieder nach. Das ist jetzt die normale Variante. Ich mag die sehr. Hier sind 56 Stück drin. Und die halten wirklich, was sie versprechen. Die schützen mich dann auch den ganzen Tag. Und die kann ich euch echt empfehlen. Dann haben wir eine Flüssighandseife leer gemacht und zwar von Isana die Cremeseife Cream & Care. Die war ganz gut vom Duft. Die hat so einen leichten, zarten, frischen Duft gehabt. Hat mir ganz gut gefallen, weil es nichts Besonderes ist. Von daher ein ganz normales Produkt, worüber man nicht viel reden braucht. Dann ist ein Haarspray leer geworden. Das ist eins meiner liebsten Haarsprays von Taft. Drei Wetter Taft wahres Volumen. Ich kaufe eigentlich immer die schwarze Variante. Diesmal hatte ich wieder die Volumenvariante benutzt. Und ich fand die ganz gut. Das ist mit Kollagen, Bambus. Und ich fand, dass dadurch die Haare nicht so austrocknen. Also ich habe hiermit immer ein sehr gutes Gefühl. Und ich kaufe das mir, wie gesagt, immer wieder nach. Die Haare verkleben nicht. Und es hält halt wirklich auch den ganzen Tag. Das kann ich euch echt empfehlen. Dann ist nochmal Haarspray leer geworden. Und zwar zweimal dasselbe. Da war jeweils nur noch so ein bisschen was drin. Das eine habe ich von meiner Mama bekommen. Und das andere hatte ich in einem Trash-Paket drin. Ich habe die beide leer gemacht, weil da war wirklich nicht mehr viel drin. Und ich muss sagen, ich fand das erst ganz, ganz schlecht. Und dann zum Schluss fand ich es doch ganz gut. Gerade so für die kleinen Babyhärchen, die oben abstehen, konnte man das sehr gut benutzen, um die anzulegen, ohne dass das jetzt gerade so angeklebt aussieht. Also dafür war das ganz gut. Hier steht drauf extra starker und flexibler Halt. Also extra stark würde ich das nicht bezeichnen. Ich würde das eher als leichter Halt bezeichnen. Von daher, ich würde mir das jetzt nicht nachkaufen. Ich habe es halt leer gemacht, weil ich es zweimal hier noch hatte. Dann habe ich einmal einen Glasreiniger leer gemacht und zwar der von Denk mit. Der ganz normale, den finde ich ganz okay. Ich muss sagen, den aus dem Lidl finde ich wirklich besser und den kaufe ich mir auch wieder nach. Ich habe momentan den von Frosch, den finde ich auch sehr gut. Vom Sprühkopf her fand ich, wie gesagt, den vom Lidl besser. Der sprüht feiner und der hier sprüht nicht so ganz gezielt. Irgendwie der sprüht in alle Richtungen, habe ich das Gefühl. Deshalb den kaufe ich mir, glaube ich, nicht mehr nach. Dann ist ein Spüli leer geworden und zwar von Domol. Das ist Jungle World Spüli, das war ganz okay. Der Duft von diesem Apfelbirne Spüli, das ist auf jeden Fall besser. Der hier war jetzt okay gewesen. Ich fand die Verpackung halt ganz schön, weil das so dschungelmäßig designt ist. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt ein Spüli, ne? Dann habe ich einen Weichspüler aufgebraucht und ich wollte mir eigentlich solche nicht mehr kaufen. Aber ich muss sagen, ich hatte diesen veganen gehabt und der war nicht so gut. Und meine Waschmaschine, das hat sich irgendwie alles so klebrig, schmierig angefühlt. Die Wäsche war so ein bisschen schmierig gewesen. Ich habe das auch ganz normal dosiert. Und dann habe ich mir diesen hier von Kuschelweich einfach mal geholt. Das ist der Premium Glamour mit kostbarem Öl. Mandelöl war hier drin und ich fand den wirklich sehr gut. Also ich muss sagen, meine Wäsche, meine Bettwäsche gerade auch, die hat sehr gut gerochen. Das ist ein sehr, sehr schöner Duft. Ich wollte eigentlich bei den Veganen bleiben, aber ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, das tut meiner Waschmaschine und meiner Wäsche nicht so gut. Ich muss da noch ein bisschen rumprobieren. Ich hatte auf jeden Fall jetzt einmal diesen leer gemacht und den fand ich wirklich schön. Dann habe ich einen Deospray leer gemacht und zwar von Balea, das Cozy Thailand. Das hat so gut gerochen, das hatte ich eine Zeit lang im Auto liegen. Dann habe ich es wieder mit hochgenommen. Auf jeden Fall habe ich es jetzt aufgebraucht. Das war mit Kokosmilch und das war so ein schöner Duft. Der hat so nach Urlaub gerochen, also richtig schön, so nach zartem Kokos. Sehr, sehr, sehr schönes Deo. Hat mir richtig gut gefallen. Da hatte ich auch eine Seife von, die war auch gut. Also diese Balea Limited Editions, die sind immer sehr gut. Dann auch eine Limited Edition und zwar von Balea. Das ist einmal die Cremedusche White Closs gewesen und die kann ich euch sowas von empfehlen. Die riecht so gut. Das ist nach Kokos und nach Iris duftet. Das ich finde, aber das riecht so ein bisschen vanillig und nach Keksen. Also so richtig süß und lecker. Das war so eine schöne Dusche und die hat auch tatsächlich gepflegt. Das hat man ja bei diesen günstigen nicht so oft. Aber diese Cremeduschen von Balea, die sind echt gut und ich kann euch die wirklich empfehlen. Wenn ihr das noch irgendwo seht, holt euch das. Mein Freund hat auch eine Dusche aufgebraucht und zwar die Alverde Cremedusche Bio Kokos. Das war jetzt die letzte in unserem Backup. Jetzt müssen wir mal gucken, was anderes, weil ich kann den Duft langsam auch nicht mehr riechen und er auch nicht. Ich habe davon auch ein bisschen was benutzt. Ich habe das wirklich lange jetzt gehabt und ich muss sagen, jetzt brauche ich mal wieder einen anderen Duft. Auch an meinem Freund. Der hat jetzt momentan auch ein anderes von mir. Es ist ein schöner Duft. Also ich finde das wirklich gut. Das pflegt auch ganz gut. Das ist ja auch so eine Cremedusche. Und das Naturkosmetik finde ich sehr, sehr gut. Aber ich kaufe es jetzt erstmal nicht mehr nach, weil wir haben es jetzt zu viel gehabt. Dann habe ich einmal einen Sakrotan Allzweckreiniger leer gemacht und der war wirklich gut. Der hat nach Granat, Apfel und Limette gerochen und den habe ich so gerne benutzt für die Flächen. Also die Arbeitsplatte oder jetzt die Schränkchen im Flur oder sowas. Einfach um Flächen halt abzuwischen. Verdunnt mit Wasser war das wirklich gut. Der hat auch richtig lange gehalten. Ich würde mir den nachkaufen. Ich habe den nur nirgendwo mehr gesehen in dieser Variante hier. Der hat halt nicht so penetrant, beißend gerochen. Fand ich schon richtig gut, muss ich sagen. Dann ist eine Haarkur leer geworden und zwar von Balea Schönheitsgeheimnisse die Kokoshaarkur. Und die riecht so gut. Die war mit Kokoswasser. Ich habe die wirklich geliebt. Mein Freund hat die auch benutzt. Die riecht so, so schön. Also die riecht so ein bisschen künstlich nach Kokos. Aber ich mag ja solche gnatschigen, süßen Gerüche. Von daher war das für mich jetzt in Ordnung gewesen. Gepflegt hat die auch ganz gut. Die war eher so ein bisschen wie eine Spülung gewesen, fand ich. Man konnte die auch länger im Haar lassen. Das hat nichts gemacht. Die hat sich sehr gut ausspülen lassen. Also für das Geld kann man die echt kaufen. Das ist halt ein großer Pott. 250 Milliliter sind das. Also da kann man echt nicht meckern. Ich fand das echt in Ordnung. Dann habe ich was leer gemacht. Und zwar von Mood Maski. Eine Leave Me On Spring Mask. Also das war so eine Maske fürs Gesicht, die man tagsüber drauf sieht. Also eigentlich eine reichhaltige Tagescreme so gesehen. Ich fand die ganz gut am Anfang. Die hat auch keine Duftstoffe oder sowas drin. Das ist ein sehr gutes Produkt. Aber irgendwann habe ich angefangen und habe richtig viele Pickel davon bekommen. Und das war definitiv das Produkt hier. Ich weiß nicht, wo dran das lag. Warum das auf einmal so umgeschlagen ist. Ob es an meiner Haut oder an mir lag. Oder an dem Produkt. Das kann ich nicht so genau sagen. Auf jeden Fall fand ich die erst richtig gut. Die hat auch schön meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt. War auf jeden Fall eine ganz schöne Maske. Aber ich würde sie mir nicht nachkaufen. Weil ich finde die Produkte etwas teuer. Dann habe ich ein Peeling aufgebraucht. Und zwar von Balea Dusch Peeling Pure & Soft. Das hatte ich von der lieben Charlene mal zugeschickt bekommen. Mit weißer Tonerde und pflegendem Mandelöl. Hier waren so ganz grobe Peelingkörner drin. Das fand ich jetzt auch ganz nett. Ich würde es mir aber nett nochmal nachkaufen. Ich fand die hat halt nicht so schön geduftet. Es gibt bessere Peelings. Also das war mal ganz okay. Ich habe es auch dann für die Füße nochmal benutzt. Dafür war es echt gut gewesen. Aber ich glaube ich würde es mir nett nochmal nachkaufen. Das war eh glaube ich so eine Sonder-Limited Edition. Steht zwar jetzt nicht drauf. Ich glaube aber das gibt es nicht immer. Deshalb ist es eh egal. Noch eine Haarkur haben wir aufgebraucht. Und die fand ich richtig, richtig gut. Die kann ich euch wirklich empfehlen. Die hat meine Mama mir mitgegeben. Und meine Mama fand sie nicht gut. Deshalb durfte ich die dann mitnehmen. Das ist eine 3 in 1 Maske. Eine Wunder Butter von Fructis. Die duftet sehr gut finde ich. Und die duftet sowas von gut. Also die kann ich euch allein schon vom Duft empfehlen. Und die ist für sehr trockenes und strapaziertes Haar. Und das macht wirklich eure Haare butterweich. Meine Haare sind extrem strapaziert. Warum auch immer. Ich klette nicht. Und ich färbe auch nicht momentan. Ich töne ja, wenn dann nur. Und das hat meine Haare richtig gut gepflegt. Also die waren butterweich. Und die sind mir so gestärkt vorgekommen. Also das war wirklich eine richtig gute Maske. Die werde ich mir nochmal nachholen. Und die dauert nur eine Minute. Also die braucht ihr nur ganz kurz drin lassen. Die könnt ihr ideal unter der Dusche verwenden. Eine richtig gute Maske. Dann habe ich ein Trockenshampoo aufgebracht. Und zwar von Vella das Try Me. Das war mal in der Klossybox drin. Das fand ich auch gut. Das ist mir allerdings zu teuer, um das nachzukaufen. Der Duft war hier schön gewesen. Also das riecht richtig so frisch. Und das war schön. Das hat meinen Haaren so ein bisschen Volumen gegeben. Das hat das getan, was es tun soll. Von daher, ich kann nichts Negatives sagen. Nur der Preis ist hier nicht so nice. Dann habe ich ein Deo aufgebracht. Und zwar war das so ein festes Deo von We Love. Das war auch mal in der Klossybox drin. Und da muss ich euch sagen, das hat mir nicht gefallen. Der Duft war voll schön gewesen. Und das ist halt hier so eine Metallblechdose. Hier ist das Produkt drin. Denn das riecht so schön einfach nach Orange. Und das ist ein richtig, richtig schönes, zartes Deo. Was ihr euch auch leicht auftragen könnt. Bei mir hat es aber irgendwann richtig so wie Entzündungen gegeben. Also meine Haut, die war so empfindlich. Und die hat so gebrannt nach diesem Deo. Das war auch schon ziemlich weit am Anfang. Ich habe es dann nochmal probiert. Ich habe es dann auch leer gemacht. Aber ich würde es auf gar keinen Fall nochmal nachkaufen. Mir war es dann zu schade, das Produkt wegzuwerfen. Deshalb habe ich es dann einfach durchgezogen. Ich weiß nicht, was hiermit ist. Ob das die Duftstoffe hier drin waren. Also diese ätherischen Öle. Es war auf jeden Fall bei mir nicht verträglich. Dann habe ich einmal was von La Cura leer gemacht. Und zwar Nagellack Entfernerpads mit Vitamin E. Die fand ich eigentlich ganz gut. Aber die haben so einen weißen Film auf meinen Nägeln, auf der Haut hinterlassen. Also das ist so angetrocknet und war dann so weiß. Also man musste seine Hände danach immer auf jeden Fall richtig gründlich waschen. Ich habe die auch leer gemacht, weil ich die nicht wegwerfen wollte. Die waren jetzt okay. Mal um schnell seine Fingernägel abzulackieren und die dann halt zu waschen, war das in Ordnung. Aber ich würde das nicht nochmal kaufen, glaube ich. Das war jetzt aus dem Aldi gewesen. Das ist okay. So, dann habe ich hier einen Rasierer. Und zwar Wilkinson Swart Intuition Complete. Der war in der Pinkbox drin. Und ich bin positiv überrascht von diesem Rasierer. Der gefällt mir so, so gut. Ich werde mir da wahrscheinlich auch die Klingen nachkaufen. Der gefällt mir von der Handhabung sehr gut. Der hat richtig gründlich rasiert. Also da kann ich nicht meckern. Ich habe mich damit auch nicht geschnitten oder so. Der ist super über die Haut gekleidet. Und das ist ein sehr, sehr schöner Rasierer. Also der könnte meinen Favoriten ablösen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt beide noch in Verwendung. Ich überlege mir das noch, weil ich habe von dem alten noch Rasierklingen. Und wenn die dann leer sind, kaufe ich mir einfach hierfür welche nach. Dann ist noch ein Deo leer geworden. Das sind alles so Reste, was ich jetzt aufgebraucht habe aus meinen Schränken. Also wundert euch nicht. Ich benutze natürlich nicht vier Deos auf einmal im Monat leer. Das ist von Cosnature gewesen. Ein Deodorant mit Limette und Minze. Und das war sehr gut gewesen. Es hat allerdings jetzt nicht den Schutz gegeben, den man braucht den Tag über. Ich habe das immer noch mal extra oben drüber gegeben oder um mich zwischendurch aufzufrischen. Dafür war das sehr gut. Und das hat so einen schönen ätherischen Duft mit diesem Limette und Minze. Also das war ein sehr, sehr schönes Deo. Das hatte ich in der Trendrader Box drin. Und da habe ich mich auch super drüber gefreut. Das ist echt schön vom Duft. Aber leider hat das halt, wie das hier drauf steht, 24 Stunden Schutz hat es leider nicht. Dann habe ich eine Ampullenkur gemacht. Und zwar von Eubos in a second Caviar Clobust. Fand ich ganz gut. Ich meine aber, dass ich nicht wirklich was gesehen habe. Die sollte Aktivierungskur strahlende Haut und Energie und Vitalität bringen. Mit Caviar, Vitanol, Bio und Meerwasser. Das hat meine Haut schön beruhigt. Meine Haut war auch so ein bisschen geklettet, habe ich das Gefühl gehabt. Aber dass ich so ein bisschen mehr Clow hatte oder mehr Energie oder mehr straffere, festere Haut. Dass das halt wirklich so ordentlich was gebracht hat, kann ich nicht sagen. Also da fand ich die aus dem Rossmann wesentlich besser. Und von Eubos, das ist ja auch eine teure Marke. Die waren in einer Box drin gewesen. Ich würde euch die nicht empfehlen zu kaufen, weil die sind ja auch recht teuer. Da kauft euch lieber die aus dem DM oder aus dem Rossmann. Die waren eigentlich genauso gewesen. Hier ist einmal der Weichspüle, von dem ich eben geredet habe. Und zwar ist das der von Softlan, der pflanzenbasierte. Ich fand den vom Duft so, so schön. Aber meine Wäsche, die war irgendwie knatschig aus der Waschmaschine, wo die dann rauskam. Ja, also der Duft ist wirklich, wirklich schön. Nur, ich weiß es nicht. Ich werde es nochmal probieren mit einer anderen Marke. Ich habe, glaube ich, noch einen anderen hier. Ich muss mich da einfach durchtesten bei den veganen. Hier der Duft war halt einfach so schön. Schade, dass das nicht geklappt hat. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht mit meinem Waschpulver nicht gepasst hat. Muss ich nochmal ausprobieren. Auf jeden Fall riecht das sehr, sehr gut. Das hat halt so einen Leinblütenduft und das fand ich richtig gut. Dann habe ich einen Spray leer gemacht und zwar so ein Raumspray. Ich habe das als Raumspray benutzt. Das kann man aber auch für den Körper und für alles Mögliche benutzen. Das ist so eine Art Parfümspray von Arvon. Und das hier war jetzt Cocktail Collection mit Raspberry and Cassies. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe damit mein Bett immer eingesprüht. Ich habe das bei einer anderen YouTuberin gesehen. Das riecht so gut, dass sie damit halt ihre Gardinen und sowas einsprüht. Und dass sie da voll begeistert ist. Und da hatte ich mir so ein paar geholt. Und ich finde die wirklich sehr gut. Man kann die auch so benutzen als Haarparfüm. Sehr schön. Ich hatte die günstig bekommen für 1,22 Euro. Die Flasche müsst ihr mal gucken bei Arvon. Die sind ganz oft runtergesetzt. Und ich finde die richtig gut. Einfach um halt auch mal so eine Jacke einzusprühen. Wenn ihr nach Hause kommt und wartet, vielleicht irgendwo geraucht wurde oder sowas. Oder ihr riecht nach Essen, weil ihr gerade gekocht habt. Gebt euch das einfach ins Haar. Und eure Haare riechen wieder gut. Ich fand das echt gut. So als Allrounder. Ich habe das immer im Flur stehen gehabt. Und sehr, sehr schönes Produkt. Dann habe ich eine Dusche leer gemacht. Und zwar von Molten Brown. Das war das Rhabarber und Rose. Hat mir vom Duft so gut gefallen. Das hat richtig schön nach Rhabarber gerochen. Das war sehr schön. Es riecht auch immer noch nach Rhabarber. Richtig gut. Das war ein sehr, sehr schönes Duschgel. Allerdings, ich würde mir das nicht nachkaufen. Weil das ist einfach so eine teure Marke. Ich fand das Produkt sehr, sehr schön. Mir hat eine Zuschauerin geschrieben, dass ich das auf gar keinen Fall abgeben soll. Weil ich wollte das erst abgeben. Und soll das mal selber benutzen. Weil die sehr gut wären. Also die sind wirklich sehr gut. Aber ich würde es nicht nachkaufen. Noch ein Duschgel, was leer geworden ist. Und zwar von Fah ohne Mikroplastik. Das war das Divine Moments. Und das ist einfach nur, ach, das ist sowas von schön. Ich kann euch das echt empfehlen. Das Deo davon riecht auch so gut. Das habe ich auch noch hier. Das riecht einfach so schön. Das hat so schön gecremt. Und man konnte sich damit sogar rasieren. Und das war einfach so, so, so ein schön pflegendes Duschgel. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist auch eine pflegende Duschcreme. Steht hier drauf mit Duft von wilden Kamelien. Das kann ich euch echt empfehlen. Fah hat mittlerweile echt richtig gute Duschgele. Und die duften alle ganz toll. Muss ich echt sagen, würde ich mir sofort nachkaufen. Dann benutze ich momentan einen festen Conditioner. Und den finde ich überhaupt nicht gut. Da muss ich echt mal sagen, kauft euch den auf gar keinen Fall. Der hält nicht, was der verspricht. Also meine Haare, die werden damit, da ist wie so eine Schmierschicht drüber. Und die werden gar nicht weich damit. Die werden irgendwie, also wenn ich die, Wasche mit nur einem Shampoo ohne den Conditioner, sind die ganz weich. Und wenn ich den Conditioner dazu benutze, sind die richtig fest. Und ich muss die ganz hart durchkämmen. Also genau das, was man eigentlich nicht haben will. Deshalb benutzt man ja einen Conditioner, um die Haare ein bisschen mit Feuchtigkeit. Und sowas zu versorgen, dass die ein bisschen glatter sind. Dass man gut durchkommt mit einer Bürste. Das ist hier nicht der Fall. Also ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht. Finde ich so schade, weil Formi hat eigentlich so an sich ganz coole Produkte. Ich mag auch diese festen Produkte sehr gerne. Aber das hier war auf jeden Fall ein Reinfall. Also das würde ich nicht nachkaufen. Ihr merkt schon, es geht richtig rund hier. Ich habe eine Riesenkiste. Dann habe ich momentan ein festes Shampoo. Das habe ich gerade in Verwendung. Und da möchte ich euch jetzt eine kleine Review zu geben. Das ist das wahre Schätze. Das habe ich gewonnen bei einem Produkttest. Und ich habe mich riesig gefreut darüber. Weil ich ja so feste Shappos gerne mag. Und ich teste sowas auch wirklich gerne aus. Ich habe mir hier Honigschätze ausgesucht. Und das duftet erstmal unglaublich gut, wenn ihr das aufmacht. Also da kommt schon ein Duft raus. Das riecht auch hier drin immer noch sehr, sehr schön vom Duft. Von der Pflege her der absolute Knaller. Ich brauche da kein Conditioner. Ich brauche keine Sprühkur. Meine Haare lassen sich richtig gut durchbürsten damit. Ich habe das nicht erwartet, ehrlich gesagt. Hier steht auch drauf extrem ergiebig. Und das ist es auch. Ich benutze das jetzt schon so oft. Ihr bekommt richtig viel Schaum mit diesem Shampoo. Also das schäumt wirklich richtig in den Händen auf. Ihr könnt euch das schön verteilen. Und das macht meine Haare auch richtig sauber. Für meine Haare ist das ein sehr gutes Shampoo. Wie das bei euch dann ist, weiß ich nicht. Es gibt verschiedene Sorten. Ich glaube fünf Stück an der Zahl. Es gibt auch so ein Kamille und Aloe Vera und sowas. Da müsst ihr einfach gucken, welcher Haartyp ihr seid. Bei mir ist das auf jeden Fall das reparierende und für strapaziertes und brüchiges Haar. Bei mir funktioniert es. Also ich kann es euch nur raten. Schaut euch das mal an. Das gibt es bei dm und so überall zu kaufen. Ich werde mich da auch nochmal durch eine andere Sorte durchprobieren. Ein richtig schönes Shampoo. Dann habe ich nochmal Ampullen leer gemacht. Die habe ich mir vor mit das, bevor ich mich geschminkt habe, jeweils ins Gesicht gegeben. Einmal extra Energy, Intense Volume und Direkt Lifting. Die waren alle drei sehr gut gewesen. Man hat auch irgendwie sofort einen Effekt gehabt, fand ich. Das ist halt von Barbour. Das sind die Prezicious Collection Ampullen. Das waren drei Stück und die hatte ich in der Zeitschrift drin. Also so als Goodie waren die dabei. Ich fand das schön, das mal auszutesten. Und die sind immer riesig. Man kann die auch wirklich zwei Tage benutzen. Da braucht man auf gar keinen Fall alles für einen Tag fürs Gesicht. Weil da ist wirklich viel, viel drin. Und ja, die waren echt gut. Muss ich wirklich sagen. Ein Deo-Stick, den ich entsorgen muss. Der ist nämlich grottenschlecht von CL Made. Das ist aus dem Müller Druckerie. Gibt es das? Das hatte ich in der Box. Und das ist so ein Deo-Stick in Mini. Der hat hier oben... Also der ist noch fast voll. Ich sage es euch. Ich habe den echt viel benutzt. Und hier geht gar nichts ab. Das ist wie so ein Stein, der oben rauskommt. Also es ist kein Stein. Das ist wie so ein Gel. Das funktioniert auch. Aber hier kommt sehr, sehr wenig runter. Man muss also ganz oft unter den Achseln entlang gehen, bis man dann mal irgendwas von dem Produkt drauf hat. Hat man denn was drauf, fängt man nach zwei Stunden an zu stinken. Also das muss ich wirklich sagen. Man stinkt einfach nach zwei Stunden. Und ich würde mir das auf gar keinen Fall nachkaufen. Ich finde das grottenschlecht. Das hat wirklich null Schutz gegeben. Und das ist einfach nur schrecklich. Dann benutze ich momentan... Das finde ich auch richtig gut. Und zwar von Wild3 Skincare. Das ist ein Body Scrub mit Kakao-Duft. Also das hatte ich in meiner Vegan Beauty Basket drin. Das ist so ein Stück, so ein festes. Und das ist quasi ein festes Peeling, was nach Schokolade riecht. Und das riecht tatsächlich wie eine Tafel Schokolade, die gerade geschmolzen ist. Sehr, sehr schön. Das hinterlässt so einen Film auf der Haut. Und dann braucht ihr euch nicht eincremen. Also das peelt und pflegt zugleich. Das ist richtig klasse. Finde ich ganz toll. Und das verbraucht sich auch nicht so schnell. Ich habe das immer noch in Verwendung und habe es jetzt schon etliche Male benutzt. Ein sehr, sehr schönes Produkt. Vor allen Dingen auch ein festes Produkt. Ein veganes Produkt. Tierversuchsfrei. Gefällt mir sehr gut. Die Marke Wilds Re heißen die. Dann noch ein Teospray, beziehungsweise so ein Körperspray von Impulse. Das ist Marshmallow. Das war jetzt mein letztes gewesen. Das habe ich ehrlich gesagt als Raumduft benutzt. Ich konnte den Duft nicht mehr riechen an mir. Das riecht halt so... Also es hat einen komischen Geruch. Das riecht süß, aber es ist Lederjacket soll das riechen. Burnt Marshmallow und Lederjacket. Aber ich weiß nicht, es hat einfach nur so ein bisschen nach Marshmallow gerochen. Schon so süß. Ich mag das Vanille hiervon sehr, sehr gerne. Aber das hier, das würde ich nicht nochmal kaufen. Am Anfang habe ich gedacht, boah, geil. Und dann habe ich mir das gerade zweimal gekauft. Aber ich bin froh, dass es leer ist. Noch eine Haarkur, die wir aufgebraucht haben. Juhu. Also ich habe jetzt schon drei Haarkuren in die Kamera gezeigt. Aber ich habe jetzt wirklich, wie gesagt, mal meine Reste aufgebraucht. Und dazu zählt auch dieses Garnier Fructis. Das ist auch eines meiner liebsten Haarkuren. Reparierendes Papaya Hairfood war das. Und das riecht unglaublich gut, diese Hairfoods hier. Ihr kennt die wahrscheinlich alle schon. Die riechen einfach nur genial. Also ich würde das auch wirklich nachkaufen. Ich habe das auch in Banane noch einmal hier. Die pflegen gut. Die könnt ihr lange drin lassen. Die könnt ihr kurz drin lassen. Die könnt ihr übernachten lassen. Hier passiert einfach nichts. Das ist ja aus 98% natürlichen Stoffen, glaube ich. 96% biologisch abbaubare Formel. Und das hat fast halt nur natürliche Inhaltsstoffe drin. Das ist eine sehr, sehr schöne Haarkur. 98% genau aus Mixtur aus Inhaltsstoffen, natürlichen Ursprungs- und Wasser. Also das ist eine ganz natürliche Haarkur. Und die ist echt gut. Dann habe ich einmal Clear Up Stripes leer gemacht von Nivea. Hautverfeinernde Clear Up Stripes. Die waren mal in einer Box drin. Die haben tatsächlich funktioniert. Was ihr dabei aber immer beachten müsst. Am besten legt ihr euch vorher so einen Waschlappen, der unter warmem Wasser ein bisschen warm gemacht wurde. Der halt ein bisschen warme Dämpfe abgibt. So aufs Gesicht vorher drauf, dass eure Poren sich so ein bisschen öffnen. Das mache ich immer so. So einen Waschlappen, der im heißen Wasser war. Und dann halt drauflegen. Dann öffnen sich die Poren und dann gebt ihr diese Dinger drauf. Und dann seht ihr das auch, was die alles rausziehen. Also ihr müsst auf jeden Fall vorher irgendwie. Und ihr könnt auch mit einer Schüssel warmem Wasser oder sowas. eure Poren öffnen, weil sonst bringen diese Dinger nichts. Dann ist das halt nur oberflächlich und das bringt gar nichts. Deshalb. Also die waren sehr gut. Ich habe die genutzt, so wie ich eben gesagt habe. Und ich fand die richtig gut. Also die würde ich mir auch nachkaufen. Ebenfalls von Nivea habe ich einmal Intimpflegetücher leer gemacht. Die nehme ich immer gern mal zwischendurch, um mich halt aufzufrischen oder sowas. Die fand ich gut. Mildfresh. Die waren wirklich toll vom Duft her. Und die haben halt auch gepflegt. Mit Dojobaöl, Kamillenextrakt und hier ist auch Milchsäure drin. Also die kann ich euch echt empfehlen. Das sind 20 Stück. Die haben mir relativ lange gehalten. Das benutzt man ja nicht täglich sowas. Von daher kann man das eigentlich immer mal zu Hause haben. Dann habe ich ein Puder von Manacadar aufgebraucht. Und zwar ist das das HD Perfection Puder. Das habe ich jetzt schon zweimal noch zu Hause. Das hat ganz natürlich gerochen. Das hatte keine Duftstoffe oder sowas. Das war halt so ein HD Puder, was man sich oben drüber gibt, um sein Make-up zu fixieren. Das ist ein sehr gutes Produkt. Das habe ich jetzt auch wirklich mit Freude aufgebraucht. Und da werde ich jetzt das nächste öffnen. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich habe das jetzt heute auch wieder drauf. Also das finde ich wirklich schön. Muss ich echt sagen. Ich finde, das sieht auch in der Kamera gut aus. Das ist ein sehr schönes Puder. Und das war in der Glossy Box mal drin. So, jetzt kommen mal ein paar Masken dran. Ich habe einiges an Masken auch aufgebraucht. Also es kommen jetzt noch ein paar Kleinteile. Ihr seht schon. Also das Video dauert echt mega lange. Ich habe hier einmal was aufgebraucht. Und zwar von Mikura. Das war eine Pink Modeling Mask. Und die war einfach nur schrecklich. Die ist gar nicht fest geworden in meinem Gesicht. Ich habe die eine Stunde drauf gehabt. Und die war nach einer Stunde immer noch nicht fest. Das konnte man sich selber so anrühren. In so einem kleinen, also das war so ein Kit gewesen. Da konnte man halt, hat man eine Flasche und einen Spatel gehabt. Und so ein Schälchen. Das musste man zusammenrühren. Und das war so eine pinke, klebrige Masse. Also in meinem Gesicht, das hat nicht funktioniert. Ich musste mir das danach, das ging so schwer ab. Mit einem Waschlappen so richtig abschälen. Die Hälfte war fest, die andere Hälfte war nicht fest. Obwohl ich es gleichmäßig aufgetragen hatte. Ich würde mir das niemals nachkaufen. Weil das ist ja auch nicht günstig. Und Mikura hat eigentlich gute Masken. Deshalb habe ich gedacht, die wird bestimmt der Knaller sein. Leider war die nicht gut gewesen. Also für mich zumindest. Also ich habe jetzt einfach mal alles hier rausgegriffen, was so an so Masken hier drin lag. Und beziehungsweise so kleine Pröbchen. Hier habe ich als allererstes von Pytho Paris. Das hat mir eine Zuschauerin zugeschickt. Das war so eine Haarmaske für die Haare. Hydrating Day Cream. Für Try Hair. Pytho 7 heißt die. Die war ganz gut gewesen. Meine Haare, die waren schön fluffig und weich dadurch. Das hat nicht beschwert. Das war ein sehr schönes Produkt. Ich weiß allerdings nicht, wo sie das her hat. Ich glaube, sie sagte von ihrem Friseur. Deshalb werde ich mir das wahrscheinlich auch nicht nachkaufen. Aber es war echt gut gewesen. Dann habe ich von Shabins eine reinigende Maske leer gemacht. Das ist so eine Maske, so eine Crememaske gewesen. Die war mit grüner Tonerde, Pfefferminz und Aloe Vera. Die war gut gewesen. Die hat meine Haut richtig schön gereinigt. Danach meine Haut, die war richtig so befreit irgendwie. Eine sehr schöne Maske. Das war der zweite Teil. Den ersten Teil hatte ich irgendwann schon mal aufgebraucht. Fand ich echt gut. Von Shabins die Masken. Die sind auch echt der Knaller. Wenn ihr gerade empfindliche Haut habt, könnt ihr die ohne Bedenken benutzen. Bei mir hat das überhaupt nicht gebrannt oder sowas. Sehr, sehr schön. Dann habe ich ein Enzym-Peeling leer gemacht. Und zwar von Biroutine. Das war in einem Kalender drin. Und ich muss euch sagen, das ist mein absolutes neues Favorit. Produkt fürs Gesicht. Softe Reinigung steht hier drauf. Glattes Hautgefühl durch sanfte Peeling-Wirkungen und einen Soft-Skin-Effekt. Und das hat das Produkt tatsächlich gemacht. Meine Haut, die war so, so gut hier nach. Also das war wie, als hätte ich so eine Gesichtsbehandlung beim Kosmetiker hinter mir. Also meine Haut, die war richtig gut. Ich habe mir das auch schon nachgekauft. Das kostet 95 Cent. Das ist halt eine Anwendung. Das ist ein Pulver. Das schäumt ihr in den Händen auf und gebt euch das ins Gesicht. Massiert das ungefähr eine Minute richtig schön ein im Gesicht. Spült das ab und euer Gesicht ist babyweich. Also wirklich, holt euch das. Das ist echt der Knaller. Ich kann euch das wirklich empfehlen. Bei mir war das sehr, sehr gut. So, weiter geht's. Dann habe ich hier von M. Asam eine Aqua Intense Probe gehabt. Und das war die Supreme Hyaluron Creme, wo man einen Sofort-Effekt merken soll. Ich fand die sehr, sehr gut. Ich muss mir die auch irgendwann mal nachkaufen. Das war jetzt eine Probe. Die habe ich auf dreimal benutzt. Und das ist eine sehr schöne Creme. Die wärmen im Moment, als damit ich glaube, das ist auch eine ganz neue Sorte. Also von diesem Aqua Intense gibt es ja schon, also die Reihe gibt es ja schon länger. Aber das hier ist jetzt, glaube ich, neu in dieser Reihe. Deshalb sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich hier was dabei und zwar von einer Seife von Nivea Strawberry & Milk. Die habe ich im Moment noch in Verwendung. Das ist jetzt der letzte kleine Fitzelrest. Da mache ich immer meine Pinsel mit sauber und das klappt richtig gut. Sehr schöne Seife. Die riecht auch ganz leicht, irgendwie so ein bisschen fruchtig. Aber dass sie jetzt richtig nach Erdbeer riecht, kann ich nicht sagen. Genau, hier ist der zweite Teil. Das war von der Tonerde Maske. Diese reinigende, die war von Schäbens. Das habe ich euch ja eben schon erzählt. Dann habe ich hier was von Ico Infusions. Das war eine Torxedetox-Probe von Shampoo. War nicht gut gewesen. Würde ich mir auch nicht nachkaufen. Ich habe hier nicht gemerkt, dass es für geschädigtes Haar und beansprucht ist. Ich habe hier nicht gemerkt, dass meine Haare irgendwie mehr gepflegt waren oder so. Von daher, also in groß würde ich mir das nicht kaufen. Ansonsten finde ich die Marke immer eigentlich ganz gut. Dann habe ich eine Haarmaske aufgebraucht und zwar Balea Haarmaske It's a Magical Time mit cremig, zartem Vanilleduft. Eine sehr schöne Haarmaske. Die hat auch richtig gut gerochen. Ich würde mir die nachkaufen. Die war halt so ein bisschen eher wie ein Conditioner, würde ich sagen, von der Pflege. Also die hat schon was gebracht, aber es war halt ein bisschen wenig, fand ich. Ich mache mir das immer gern so richtig dick auf die Haare drauf, lasse das ordentlich einwirken. Es war okay. Dann habe ich hier eine Maske und zwar von Vandini. Vandini ist eine sehr gute Marke, die ich sehr, sehr, sehr gerne leiden mag. Das ist die Gesichtsmaske mit Hyaluronsäure und Kaviar. Da habe ich gedacht, oh, das ist bestimmt richtig gut. Die hat wie Feuer in meinem Gesicht gebrannt. Ihr seht also hier unten, da ist noch was drin. Das werde ich jetzt aber mit entsorgen. Das möchte ich auch keinem geben. Wie gesagt, das hat gebrannt in meinem Gesicht. Ich musste mir das nach einer Minute ungefähr wieder abwaschen und mein Gesicht war auch richtig gerötet davon. Keine Ahnung, was hier drin ist, was ich nicht vertrage. Ansonsten, ich hatte noch nie Probleme damit, aber das hier, das war nichts gewesen. Dann habe ich eine koreanische Tuchmaske aufgebracht. Die habe ich von der lieben Katrin bekommen. Die Honey Film and Clow Mask Sheet von It's Skin. Ich habe mir hier hinten auch was drauf geschrieben und zwar guter Duft, passt super. Pflege war top, sehr reichhaltig. Genau, also da kann ich mich dran erinnern. Die war richtig reichhaltig gewesen. Meine Haut, die war so durchfeuchtet. Und es hat sich einfach toll angefühlt. Und die hat auch super gepasst vom Gesicht her. Ich weiß nicht, wo die Katrin die her hat. Auf jeden Fall war die sehr, sehr gut. Hat mir echt gut gefallen. Könnt ihr noch? Also ich habe jetzt noch eine ganze Menge hier vor mir. Eventuell muss ich es auch zweimal aufteilen. Aber ich glaube, ich ziehe es jetzt einfach durch. Ihr könnt das Video hier auf zweimal schauen, wenn euch das zu lang ist. Auf jeden Fall habe ich hier von Minetan was aufgebraucht. Das ist ein Exfoliating Scrub. Und das ist so ein Kaffee Scrub gewesen. Das riecht auch unglaublich gut. Das hat sehr schön meine Haut gepflegt. Meine Haut war richtig weich. Ich brauchte mich nicht eincremen danach. Da war irgendwie so eine Art Öl noch mit drin, hatte ich das Gefühl. Also das ist ein sehr schönes Produkt. Das ist öfters mal in den Boxen auch vertreten. Da habe ich das auch her. Und sehr, sehr schön. Dann einen Bart habe ich aufgebraucht. Das ist der Happy Ginger Breadman von Teddy Sepp. Das war ein sehr schönes, weihnachtlich duftendes Bart. Eigentlich noch zu früh, aber es hat sehr schön gerochen. Das würde ich mir auch nachkaufen. Das riecht nach Orange, Zimt und Kardamon. Sieht auch schön aus, wenn man das so in Adventskalender reinpackt. Finde ich echt eine gute Idee. Dann habe ich einen Schaum von Bilou aufgebraucht. Das war ein Badeschaum, Salz, wie auch immer. Sehr, sehr, sehr nice. Also das hat so schön gerochen. Das war jetzt hier mit dem Duft von Bilou Orange Lemonade. Also es war sehr schön. Die Farbe hat sich auch toll verfärbt vom Badewasser. Also ich hatte so richtig knattorangenes Wasser. Und das hat einfach Spaß gemacht, da drin halt zu baden. Hat auch schön gepflegt. Also die Badezusätze sind echt gut. Dann eine Heilerde-Maske von Lubos. Und das ist die beste davon, muss ich sagen. Das ist die Anti-Pollution-Maske. Naturreine Heilerde mit Seefenschel. Und das war wirklich eine der besten Lubos-Masken, die ich je hatte. Die hat echt meine Haut so weich gemacht. Also die war wirklich, wie soll ich sagen, manchmal hat man ja so ein bisschen trockene Stellen im Gesicht und sowas. Und dann fühlt sich die Haut auch nicht so weich an. Und das hat wirklich irgendwie das alles beseitigt. Meine Haut war zwei Tage richtig gut gewesen von dieser Maske. Dann habe ich eine Gold-Eye-Maske aufgebraucht. Und zwar von welcher Marke war die? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. Das habe ich nämlich abgerissen. Ich muss es gerade gucken. Von Mask Me Up war die Brightening Unfirming. Also die war okay gewesen. Aber der Knaller war die jetzt nicht. Die ist eigentlich wie die vom Action. Da gibt es ja auch diese Gold-Eye-Maske. So war die auch gewesen. Also ich würde die jetzt nicht schlechter oder besser bewerten. Die ist okay. Dann habe ich von Garnier eine Tuchmaske gemacht. Und zwar die Vitamin C Shot Fresh Mix Tuchmaske. Und zwar hatte man hier einmal das Tuch drin und oben das Serum. Und das musste man dann so zusammendrücken, damit das Serum in das Tuch reinläuft. Und dann kann man sich das auflegen. War richtig, richtig gut gewesen. Meine Haut, die war so erfrischt danach. Und die hat sich schon praller angefühlt. Sah auch besser aus. Einfach halt belebt hat die. Und das steht auch hier drauf. Und das hat sie auch gemacht. Die hatte ich vom Action für 1,10 Euro oder so mal gekauft. Also die ist auch echt gut. Dann The Mask Company. Da habe ich einmal eine Maske mit grünem Tee und mit Aktivkohle aufgebraucht. Das war halt so eine schwarze. Und die hat meine Haut ganz gut auch geklärt, muss ich sagen. Die ist ganz schön. Würde ich mir auch nachkaufen. Allerdings sind die, glaube ich, nicht so günstig. Manchmal gibt es so ein Angebot, da sind dann drei Stück zum Preis von zwei oder sowas. Da würde ich mir die dann nachkaufen. Also die war in Ordnung. Ein Badesalz. It's a Magical Time von Balea. Mit natürlich mehr Salz und Kokosöl. War in Ordnung gewesen. Aber nichts Besonderes, dass ich mir sie nachkaufen müsste. Der Duft war jetzt auch in Ordnung. Der war auch nichts Tolles. Also der hat schön gerochen. Aber es war jetzt kein Knallerprodukt, muss ich sagen. Dann habe ich hier ein richtig gehyptes Produkt. An Annemarie Berlin, das habe ich jetzt zum ersten Mal getestet. Das sind die Hyaluron Augenpads. Und die halten wirklich, was die versprechen. Meine Augen, die sahen so gut aus danach. Also meine Haut unter den Augen, das war wirklich ein Wahnsinn. Zwei Stück waren das gewesen. Also ganz normale Verpackungen hier. Die waren wirklich gut. Also die würde ich mir nachkaufen. Ich hatte richtig viel Feuchtigkeit unter den Augen. Und das sah gestrafft aus. Zwar nur für den Tag, jetzt wo ich die benutzt habe. Aber wenn ihr euch die vorne Make-up auftragt und dann was Wichtiges vorhabt. Das sieht einfach nur wirklich schön aus, finde ich. Und es hat auch recht lange gehalten. Dieser Effekt ist natürlich immer nur halt natürlich für den Tag. Aber die waren wirklich gut. Dann habe ich einmal die Ico Hair Fresh Ups genutzt. Anti-Fress Sheets waren das. Und so ein Schrottprodukt. Wirklich, warum wird das überhaupt produziert? Ich weiß es nicht. Das hat überhaupt nichts gemacht mit meinen Haaren. Das hat eher noch meine Haare verklebt. Meine Haare, die sind fettig, ölig danach aus. Also da hätte ich mir die lieber einfach waschen sollen. Das ist halt so ein Tuch. Das war auch erstens mal richtig nass getränkt. Wie so eine Tuchmaske. Und man ist dann über die Haare gegangen. Und die sollten halt die Haare erfrischen. Und gleichzeitig ging Frizz was tun. Katastrophe, dieses Produkt. Es hat auch nicht so gut gerochen. Also ich würde mir das nicht mehr nachkaufen. Also ihr seht schon, ich habe zwei Produkte von Ico hierbei, die nicht gut waren. Leider. Dann habe ich von Sand & Naturkosmetik was leer gemacht. Und zwar eine Family 3 Minuten Glanzmaske. Die war echt gut. Erstmal habe ich gedacht, oh, die pflegt ja überhaupt nicht, wo ich die aufgetragen habe. Wo ich die dann aber abgespült habe, waren meine Haare richtig schön. Also da muss ich echt sagen, die waren sehr weich geworden und haben gut geduftet. Das ist eine schöne Maske. Das war jetzt nur eine Probe. Aber die würde ich mir tatsächlich in groß nachkaufen. Und dann habe ich ein Produkt, worüber ich euch abrichten wollte. Und zwar sind das diese Make-Up Remover. Die waren in meiner Vegan Beauty Basket drin von Flawless Professional Vegan Beauty. Das sind so Baumwollpads gewesen. Einfach halt, um das Make-Up runterzunehmen. Die sind sehr, sehr, sehr gut. Habe ich beide in Verwendung. Und ich muss sagen, das ist eine richtig gute Qualität. Das ist so ein ganz weiches Baumwoll. Also nicht so Mikrofaser, wie man das sonst kennt von diesen Pads hier. Das sind ganz, ganz weiche. Das ist eher wie so ein Bettwäschestoff, würde ich sagen. Aber das funktioniert erstaunlich gut. Und ich finde die Dinger klasse. So, weiter geht's. Und zwar habe ich diesmal hier einmal Tücher zum Abschminken aufgebraucht. Die nehme ich immer für Swatches. Die hatte ich hier auf meinem Schreibtisch liegen. Die waren mit so Aktivkohle gewesen. Das waren halt so Reinigungstücher. Ich habe die jetzt einfach dafür genommen, weil die waren einfach so trocken und die waren überhaupt nicht gut. Die gab es mal beim Action. Ich habe die mir mitgenommen, weil ich irgendwie das cool fand, dass die schwarz sind. Aber die würde ich nicht nochmal nachkaufen. Die sind eigentlich sinnlos gewesen. Und ja. Ein Parfum habe ich aufgebraucht. Und zwar ein Aqua Colonia von 4711. Das war mal in meiner Klassi-Box drin. Entspannend und relaxing. Das war wirklich ein sehr schöner Duft. Das ist jetzt der lilane Safron und Iris. Würde ich mir tatsächlich auch nachkaufen. Das ist ein sehr schöner Duft. Man riecht es auch noch ein bisschen. Also der war wirklich entspannt und relaxed. Das war ein ganz, ganz toller, zarter Duft, der auch nicht so aufdringlich war. Den würde ich nachkaufen. Leute, dann habe ich ein Produkt, das wollte ich euch unbedingt in die Kamera zeigen. Und zwar habe ich mir so ein USB-Hub gekauft. Bei Action. Also mein Freund hat den dann benutzt. Und mein Freund, der ist die ganze Zeit, ist der, wie heißt es denn, hat er einen Wackelkontakt gehabt. Also die ganze Zeit war die Verbindung da. Dann war sie nicht mehr da, wieder da. Also das hat alles gepiepst auch und sowas. Das Ding ist wirklich Schrott. Das hat, glaube ich, ungefähr fünf Tage gehalten. Dann war es kaputt. Also wenn ihr so ein USB-Hub im Action euch kaufen wollt, kauft euch nicht den ganz billigen. Der ist wirklich, und das ist jetzt, der muss jetzt in den Müll. Also der ist jetzt einfach kaputt. Der funktioniert nicht mehr. Und schade um das Produkt, schade um das Geld. Einfach, ja, blödes Produkt. Dann habe ich einmal hier so Augenbrauenformer leer gemacht von Ebelin. Die kaufe ich mir immer wieder nach. Die benutze ich einfach, um meine Augenbrauen ein bisschen zu formen. Und die kleinen Härchen, die danach wachsen, wegzumachen. Finde ich sehr, sehr gut. Die sind halt sehr präzise und haben eine scharfe Klinge. Deshalb, also die kann ich euch echt empfehlen. Die sind auch nicht ganz, ich glaube, drei Euro kosten. Drei Stück, also ein Euro pro Stück ungefähr. Das sind die günstigsten, die ich irgendwo mal gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ob es die irgendwo günstiger gibt. Weil ich finde das schon eigentlich teuer für so Augenbrauenentferner, Former, wie auch immer. Also auf jeden Fall, ich kaufe mir die eh immer nach. Deshalb, ich finde die gut und kann euch die empfehlen. So, dann habe ich hier noch Produkte. Und zwar einmal Summer Flowers Pure Skin Soft. Das war mal in meiner Vegan Beauty Basket drin. Das ist ein Intense Hydration Toning Moisturizer. Das war so ein Spray fürs Gesicht. Das konnte man halt so aufsprühen. Das ist eine Glasflasche. Ich fand das sehr, sehr schön. Blumiger Gesichtstoner steht hier drauf. Also der hat meine Gesichtshaut wirklich schön beruhigt. Und auch über Nacht hat das sehr gut geklappt. Abends nochmal einfach halt über das ganze Gesicht, bevor man schlafen geht. Intense Hydration. Also der hat wirklich so ein bisschen Feuchtigkeit gegeben. Aber allerdings der Duft, das war wirklich, ich kann euch das nicht sagen. Das hat wie Katzenpipi gerochen. Also das hat nicht gut gerochen. Mein Freund hat auch immer gesagt, das riecht nicht gut im Gesicht. Das hat wirklich so gestunken schon eigentlich vom Geruch. Ich würde mir das nicht mehr nachkaufen. Auch wenn es gut gepflegt hat. Der Duft hat einfach alles kaputt gemacht. Dann habe ich hier von Altera ein Spray. Und zwar Naturkosmetik Make-up Entferner Spray mit Bio-Vanille-Extrakt. Das war eigentlich ganz gut gewesen. Das konnte man auch so auf das Pad draufsprühen. Also ich habe ja immer diese Make-up-Remover-Pads. Und da habe ich mir das einfach ein bisschen draufgesprüht. Und bin dann so über mein Gesicht gegangen. Und das hat richtig gut geklappt. Ja, das hat halt so ein bisschen nach Vanille gerochen. Ja, so ganz leicht nach so einer Bio-Vanille. Also nichts Besonderes vom Duft. Das hat allerdings halt das Make-up gut runtergenommen. Also das kann ich euch echt empfehlen. Wenn ihr was von Naturkosmetik wollt, was euer Make-up runternimmt, schaut euch das mal an hier von Altera. Ebenfalls zum Make-up runternehmen benutze ich momentan, und das hier ist jetzt einmal leer, von Skinnatur, der Cleansing Balm. Also der ist richtig gut. Der ist mit Shea Butter, Vitamin E und Alu-Ivera. So ein schönes Produkt. Das ist halt so ein Balsam. Der kommt hier in so einer Glas, also in so einem Glas drin. Und das ist sehr, sehr schön. Also hier ist jetzt noch ein ganz kleiner Rest drin, weil ich hatte das dann noch ausgespült. Das riecht wirklich gut. Das riecht so richtig schön pflegend schon. Das ist halt so ein Balsam. Den gebt ihr euch ins Gesicht. Das verreibt ihr euch. Ich habe dazu auch ein kleines Video auf Instagram gemacht. Und dann schäumt ihr das so ein bisschen mit Wasser auf, dass das so aufemulgiert. Und dann spült ihr euch das ganze Make-up quasi mit runter. Also es ist so eine ölige Textur, was so ein bisschen mich da dran an Vaseline schon erinnert. Ein bisschen anders da, aber das ist halt schon ziemlich fettig und ölig. Und dadurch nimmt das halt alles runter, wenn das dann in Verbindung mit Wasser kommt. Das ist ein sehr, sehr schönes Produkt. Meine Haut hat es wirklich gut getan. Ich habe das jetzt aktuell auch noch in Verwendung. Und ich verwende das wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Das ist richtig ergiebig. Hält ewig lang. Schaut euch das mal an. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, weil ich mit Skinnatur zusammenarbeite. Und den werde ich euch unten in die Infobox rein verlinken, falls ihr da Interesse habt. Das ist wirklich ein schönes Produkt, was ich euch mit richtig gutem Gewissen empfehlen kann. Also das kann wirklich jeder Hauttyp benutzen. Das ist einfach sowas von sanft und entfernt halt wirklich alles gründlich. Sehr, sehr schönes Produkt. So, dann habe ich noch einen Puder aufgebracht. Und zwar von Essence, das Wannabe My Honey Puder. Das ist einmal komplett leer. Das habe ich auch sehr gerne verwendet. Das war ein schönes, zartes Fixing Powder, was es leider nicht mehr zu kaufen gibt. Das hat halt nach Honig gerochen und stammte aus dieser Wannabe My Honey Edition. Dann habe ich hier vier Mascaren. Die waren auch alle unterschiedlich. Also da muss ich euch was zu sagen. Einmal hier von Essence, die 24 Ever Bold Volume. Das war eine sehr gute Mascara. Die kann ich euch für wenig Geld echt empfehlen. Die hat meine Wimpern richtig schön geschwungen gemacht. Und das sah einfach gut aus. Hat den ganzen Tag gehalten. Hat nicht gebröckelt. Und das war einfach eine sehr, sehr schöne Mascara. Dann habe ich hier eine von La Roche Posay. Das ist die Tolerian Mascara. Die war einfach Schrott gewesen. Die kann ich euch gar nicht empfehlen. Die war einfach so fest. Und die hat überhaupt nicht Produkt an die Wimpern abgegeben. Hat gebröckelt. Und ich weiß nicht, ob das Produkt älter war. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die her hatte. Die hatte halt so ein Gummibürstchen, so ein kleines. Ich fand die von der Größe, von der Anwendung so in Ordnung. Weil ich mag kleine eigentlich lieber als die großen. Aber das Produkt an sich, was da drin ist, war einfach nicht meins gewesen. Ebenso diese Mascara hier. Das ist die Trended Up Endless Effect Mascara Extra Volume. Ich habe von Extra Volume nichts gemerkt. Die hat auch ein Gummibürstchen. Und die ist sowas von trocken. Das Bürstchen sah so vielversprechend aus. Also die hat so ein richtig schönes Gummibürstchen. Was auch schön die Wimpern eigentlich greifen würde, würde ich jetzt behaupten. Aber die gibt auch null Produkt ab. Ich weiß nicht, ob das an dem Produkt liegt oder an dem Bürstchen. Das ist auf jeden Fall keine schöne Mascara, die ich euch nicht empfehlen kann. Sonst stehe ich auf Trended Up Produkte. Aber die hier war echt nicht gut. Dann die Bad Girl Bang. Das ist die von Benefit. Eine kleine Reisegröße. Die ist sehr, sehr gut. Die kann ich euch echt empfehlen. Die hat natürlich auch einen stolzen Preis. Aber die hat ein ganz tolles Bürstchen. So ein Gummibürstchen, was nach vorne spitz zuläuft. Das heißt, ihr könnt vorne an die Wimpern richtig gut drankommen. Auch unten am unteren Wimpernkranz. Also das ist eine ganz, ganz tolle Mascara, die auch echt wirklich jeden Cent wert ist. Die ich euch wirklich auch empfehlen kann, nachzukaufen. Und wenn ihr die mal irgendwo günstig seht, nehmt euch die mal mit, testet die mal aus. Also ihr werdet begeistert sein. So, jetzt ist hier nicht mehr viel drin. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Also das müsste jetzt relativ schnell noch gehen. Ich habe hier nochmal einen Primer aufgebraucht. Und zwar ist der von Riva Loves Me. Das ist der Dewy & Fresh Primer. Den fand ich auch ganz gut mit Hyaluron und Aloe Vera. Der hat so ein ganz schönes Hautbild gemacht. Mir kam der so ein bisschen vor, als ob der schon die Unebenheiten kaschiert. Also mein Hautbild war schon geklettet irgendwie. Und man hat halt mit der Foundation, wenn man die aufgetragen hat, schon ein verfeinertes Hautbild gehabt. Und dafür den Preis kann ich euch den echt empfehlen. Eine Handcreme habe ich aufgebraucht. Und zwar von Anatomical Surstant Geranium. Das war mal in der Pinkbox drin. Und die hat richtig gut gerochen. Ich fand die auch so richtig fancy von der Verpackung. Aber die trocknet richtig die Hände aus. Also ich habe hier noch was drin. Ich will das jetzt gerade hier nochmal drauf machen. Ich gebe der vielleicht nochmal eine Chance. Aber ich habe die schon eigentlich lang genug getestet. Die riecht so gut. Die riecht richtig lecker und fruchtig und so ein bisschen blumig. Allerdings meine Hände, die werden richtig trocken davon. Ich weiß nicht, wenn ihr das Produkt schon mal getestet habt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Für mich ist es nichts. Ich lasse die jetzt mal hier stehen. Vielleicht gebe ich die mal weiter. Ich habe die erstmal hier reingepackt, weil die für mich gar nichts ist. Ebenso gar nichts für mich ist von Revolution. Diese Green Tea and Walnut Exfoliating Mask. Das ist eine Maske, die so ein bisschen einen Peeling-Effekt hat. Wo halt, also die riecht auch nicht so schön. Die riecht noch ein bisschen nach grünen Tee. Und dann, ich weiß nicht, ob die abgelaufen ist. Die riecht auf jeden Fall nicht gut. Die hatte ich in einem Tauschpaket von der lieben Katrin drin. Die Katrin mag die, glaube ich, sehr gerne. Bei mir hat die überhaupt nicht. Also ich habe die nach einer halben Minute schon ab. Ich habe die aufgetragen. Meine Haut hat sofort angefangen zu brennen wie Feuer. Ich habe die halt, ihr seht das ja, ich habe die ein bisschen benutzt. Ich habe die drei, vier Mal, habe ich das versucht. Und jedes Mal war dasselbe. Ich wollte der Maske echt unbedingt eine Chance geben. Weil die Katrin, die so gut findet, die hat irgendwas drin, was meine Haut nicht verträgt. Ich kann es euch nicht sagen. Also ich habe da jetzt keine Verpackung mehr von, weil ich die weggetan hatte. Es ist zu schade eigentlich. Hier ist echt noch voll viel drin. Ich stelle die auch mal hier nebenhin. Vielleicht mag sie jemand anders mal testen. Man muss sie ja nicht wegwerfen. Bei mir hat sie auf jeden Fall gebrannt wie Feuer. Ich habe noch zwei Päckchen Ampullen gerade gefunden. Das hatte ich auch leer gemacht. Einmal ein Porenfein Serum von Sherbins. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Das kaufe ich mir auch nochmal nach. Das hat die Haut geklärt. Genau, hier ist Alatoin Zink und Matricara Maritima drin. Was auch immer das ist. Hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Meine Haut, die war so richtig schön geklärt. Meine Poren, die waren tatsächlich verfeinert. Ich habe es genau beobachtet. Und ich kann das Produkt echt euch empfehlen. Falls ihr so Probleme mit vergrößerten Poren habt, probiert das mal aus. Das ist sehr, sehr schön. Dann habe ich noch ein Produkt von Altera. Das habe ich aber jetzt länger schon stehen gehabt. Da hatte ich jetzt noch eine Ampulle drin. Die habe ich dann mal verwendet. Das ist die Hyaluron Ampullenkur. Und zwar mit Bio-Aluivera. Die gibt es bei Rossmann zu kaufen. Fand ich ganz gut. Aber die war jetzt nicht so überragend, dass ich sage, wow. Also ich muss mir die nachkaufen. Ich habe noch einmal im Backup hier, weil ich die in einem Adventskalender von der lieben Nicole drin hatte. Ich werde die auf jeden Fall verwenden. Ich muss die einfach mal sieben Tage hintereinander benutzen. So wie man das auch eigentlich macht. Ich glaube, sieben waren es genau. Dann sieht man vielleicht den Effekt. Ich habe die jetzt halt peu à peu verwendet. Von daher, ich kann nicht so viel dazu sagen. Bei mir war sie halt okay. Dann habe ich hier was von der Badefee verbraut. Und zwar die Handseife Zimtzauber. Und die war wirklich richtig schön. Das war so ein kleines Stück Seife. Die hat einfach wie Weihnachtsmarkt gerochen. Und das sind einfach Knallerprodukte. Also da brauche ich nicht viel zu zu sagen. Ich liebe diese Produkte und ich würde es auch nachkaufen. Dann habe ich von Chloris Zib eine Watermelon Sleeping Mask leer gemacht. Die hat nach Wassermelone gerochen. Und das war so eine schöne Schlafmaske. Also die riecht auch wirklich klasse. Und die hat meine Haut so schön über Nacht mit Feuchtigkeit versorgt, dass die am nächsten Tag immer noch total schön durchfeuchtet war. Und hat sich einfach sehr, sehr gut angefühlt. Das ist ein Produkt, wo ich jetzt Ausschau nachhalte. Wenn ich das irgendwo günstig kriege, kaufe ich mir das in groß. Das ist eine sehr, sehr schöne Nachtmaske. Dann von Benefit der 24 Browsetter. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Also ich habe euch das schon öfters gesagt. Das ist mein Lieblingsbrowsetter. Den finde ich richtig gut. Ich habe den noch einmal hier in so einer kleinen Reisegröße. Und den verwende ich. Und ja, ich würde mir den in groß kaufen. Dann ist was leer geworden. Und zwar von Essence. Das ist der Lip Color Changing Lipstick. Und zwar in der Wannabe-My-Honey Edition. Hier ist jetzt nach unten so ein ganz kleines bisschen drin. Der hat richtig gut gepflegt. Den fand ich ganz, ganz toll. Den habe ich mir immer hier bei meinem Schreibtisch hingestellt. Und da habe ich den immer zwischendurch benutzt. Der ist echt sehr, sehr gut. Ich habe jetzt Nachschub bekommen. Und da freue ich mich riesig drüber. Dank der lieben Nicole. Also vielen Dank nochmal. Das ist eine Limited Edition gewesen. Den gibt es nicht mehr zu kaufen. Von Bio Repair eine kleine Zahncreme. Das ist die biominetisch wirkende Zahncreme. Ich habe hier keinen großen Unterschied gemerkt zu anderen. Mit 20% künstlichen Zahnschmelz. Das ist ein guter Aspekt bei einer Zahncreme. Also Zahnschmelz ist ja immer wichtig. Von daher, also ich glaube das schon, dass das eine ganz gute Zahncreme ist. Ich habe da keine Probleme irgendwie gehabt. Die war ganz normal für mich. Ob ich die nachkaufen würde, weiß ich nicht. Dann habe ich hier zwei Eyeliner, Liquid Eyeliner. Einmal von Eye Eco, der Black Magic. Der ist richtig gut. Das ist ja mein absoluter Favorit. Der ist jetzt leer geworden. Der hat jetzt auch wieder zwei oder drei Monate gehalten. Also ein richtig sehr, sehr gutes Produkt. Was ich euch echt empfehlen kann. Das ist die Reisegröße. Und wie gesagt, guckt mal, wie lange mir der gehalten hat. Also das ist schon echt eine gute Qualität. Womit ihr auch schöne, feine Linien ziehen könnt. Und der Verwichtner, der ist wasserfest. Ein sehr schönes Produkt. Dann habe ich hier einen von Elamasca. Den fand ich auch ganz gut. Der ist allerdings nicht so fein gewesen. Und ich muss sagen, jetzt kriege ich den schon wieder nicht auf. Ich habe hier ein Problem mit gehabt. Also hier ist immer der Deckel oben dran geblieben. Seht ihr das? Der kommt hier aus dem Deckel das Innenleben mit raus. Und da ist auch die ganze Farbe reingelaufen. Also der ist irgendwie hier drin ausgelaufen. Und der hat dann halt auch auf meinem Gesicht, also der hat eher geschmiert und gesuttelt. Das war kein guter Eyeliner leider. Ich habe eigentlich gedacht, von Elamasca, der ist bestimmt ganz gut. Das ist der ganz normale Liquid Eyeliner gewesen. Und der kommt jetzt weg. Ein kleines Deo ist leer geworden von 8x4. Das habe ich einfach oben drüber über mein anderes Deo gegeben. Einfach um den Schutz so ein bisschen zu erhöhen. Das hier hat jetzt so allein nicht geschützt. Deshalb musste ich das mit einem anderen verwenden. Das war halt nur so eine Probe und das würde ich mir nicht in groß kaufen. Dann habe ich noch einen Concealer hier leer gemacht. Der ist von Revlon. Der kenntet. Und der ist richtig gut. Da bin ich sehr traurig, dass der leer ist. Den habe ich im Sale gekauft. Und das war die Nummer 005 bei mir. Hat perfekt gepasst. Also das war mein Lieblingsconcealer. Und der ist jetzt wirklich leer. Da bin ich sehr traurig drüber. Ich werde mal gucken, ob ich den irgendwo noch bekomme. Ich glaube, der kostet aber sonst 8 oder 9 Euro. Und ich habe den im Sale, glaube ich, für 3 oder 4 Euro gekauft. Sehr, sehr schön. Dann habe ich den Rest von einem Vitamin C Serum leer gemacht. Und zwar von Jung Glück. Das Vitamin C Serum fand ich auch richtig gut. Das waren 50 Milliliter. Allerdings habe ich jetzt von Skin Natur eins. Und ich kann echt sagen, so im direkten Vergleich gefällt mir das dann nicht mehr so gut. Erstmal habe ich gedacht, das hier ist richtig gut. Aber von Skin Natur, das ist echt noch besser. Das habe ich auch komplett aufgebraucht. Das hier, das hat meine Haut auch schön gepflegt. Also keine Frage. Nee, das riecht nach gar nichts. Also das hatte meine Haut auch richtig, richtig gut gepflegt. Keine Frage. Aber das von Skin Natur ist wirklich besser. Da merke ich mehr einen Unterschied. Und da merke ich einfach mehr. Das hier ist aber, mag nicht verkehrt sein. Ich würde mir das auch nachkaufen. Das würde ich nochmal benutzen. Und das ist nämlich eine sehr gute Marke. Und ich fand das auch von den Inhaltsstoffen wirklich gut. Ich kann hier drüber gar nichts Negatives sagen. Außer, dass ich jetzt eins habe, was noch besser ist. So, puh. Und die letzten beiden Produkte. Dann habt ihr es geschafft. Und ich auch. Ich habe schon Fusseln am Mund. Auf jeden Fall habe ich hier von Birkenstock eine Augencreme aufgebraucht. Eine Augenpflege. Das war die Moisturizing Eye Contour. Und mit Hyaluron war das Ganze. Das habe ich von einer Zuschauerin zugeschickt bekommen. Das war irgendwann mal in der Glossy Box drin. In so einer Sonderbox. Das war so eine vegane. Und ich muss sagen, ich finde die richtig gut. Also die würde ich mir auch nachkaufen. Ich habe allerdings noch Augencreme hier. Und das ist für mich dann eher sinnlos, da noch was nachzukaufen. Die kam halt mit so einem kleinen Pumper. Hier unten hat sie so ein bisschen Kork dran gehabt. Das ist eine sehr süße Handcreme. Von Birkenstock fand ich auch goldig. Ich mag die Schuhe sehr gern. Vielleicht fand ich das deshalb auch so gut. Auf jeden Fall mochte ich die. Und dann noch ein Lippenpflegestift. Der ist von Good Boom. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon öfters mal irgendwo gelesen, die Marke. Ich finde die sehr gut. Die machen richtig tolle Lippenpflegeprodukte. Und vor allen Dingen ist die Form so schön. Das ist so ein bisschen wie eine Ellipse geformt. Und ich finde das... Ja, der hat vom Duft. Das riecht nach Blutorange. Und das war vom Duft sehr gut. Die haben unglaublich viele Sorten. Und ihr müsst mal bei Instagram oder so gucken. Good Boom heißt die Marke. Und da schaut euch mal die Duftrichtungen an. Und ich sage euch, der hier hat schon so gut gerochen. Ich glaube mal, dass die alle richtig gut sind. Von der Pflege war der spitzenmäßig. Der war mal in meiner Vegan Beauty Basket drin. Und ich finde die Marke richtig toll. So ihr Leutchens. Ich habe alles abgearbeitet. Ich habe meine ganze aufgebraucht Kiste jetzt leer gemacht. Ich habe euch tatsächlich jedes einzelne Produkt gezeigt, was ich aufgebraucht habe. Also viele, viele Produkte. Und ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich die Produkte leer bekommen habe. Ich bemühe mich da immer, dass ich wirklich alles leer mache, was ich auch anfange. Dass ich nicht viel wegwerfe. Diese beiden Produkte. Ich muss mal gucken. Ich gebe das vielleicht mal meiner Mama weiter. Mir haben die, wie gesagt, gar nicht gefallen. Also die Handcreme trocknet die Hände aus. Und das hier, das verbrennt mein Gesicht. Ja, sehr schade um die Produkte. Aber ich gebe das auf jeden Fall weiter und werde es nicht wegwerfen. Und jetzt danke ich euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es war nicht zu lang gewesen. Ihr habt ein bisschen was mitnehmen können aus meinen Videos. Das hier ist jetzt nur meine eigene persönliche Erfahrung und Meinung. Und es kann sein, dass ihr eine andere Meinung dazu habt. Das ist aber nicht schlimm. Jeder hat ja auch einen anderen Körper. Jeder verträgt Produkte anders. Und ja, vielleicht hat es euch was gebracht. Und ihr habt vielleicht ein Produkt entdeckt, was ihr euch jetzt nachkaufen wollt oder sowas. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Das ist komplett kostenfrei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss, eure Nicole.